Willkommen zu let's play, let's play, wegweisender, super wegweisender, let's play. Und wenn ihr euch jetzt was fragt, so von wegen, hä, wieso sagt ihr denn nichts zu dem Overworld-Track hier? Äh, nee, Overworld-Track ist ja Quatsch, ähm. Dem Level-Track, dem Main-Level-Track. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, welcher Track das ist. Die Stelle ist jetzt auch nicht so hundertprozentig schön. Ja, also, jetzt, nachdem ich so viel lobe, muss ich natürlich was finden, was ich jetzt haten kann. Weil sonst bin ich doch ein Fanboy. Richtig? Stacheln? Okay, so was hatten wir im Hauptgame auch noch nicht und ebenfalls nicht in den anderen Mods. Yes! Ah, wollte gerade fragen, wie zur Hölle soll ich die bekommen? Seht ihr das? Seht ihr das? Dieses Meeres-Design aus Die allerdings auch einfach nur gere-textured sind, ne? Ge-vi-textured. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Oh, das sieht schön aus. Ganz im Gegensatz zu diesem Riesen-Poki, der genauso lang ist wie mein... Stuhl. Der ist wirklich lang. Und all diese Trauer bringt dieser Track sehr, sehr gut rüber. All die Familien haben ihr Zuhause verloren. Möglicherweise sogar Familienmitglieder. Und dann kommt der Sternen-Hype! Ja gut, wir haben jetzt in dem Level schon einige Secrets entdeckt, aber noch keine Star-Coin. Ich bin guter Dinge, dass hier eine... Ja, also da klemmte jetzt gerade der Knopf im Controller. Das ist bestimmt nicht meine Schuld, also... Ne? Neben dem bekannten Joy-Con-Drift-Problem gibt's mittlerweile auch einen Pro-Controller-Button-Drift. Das wusstet ihr wahrscheinlich nur einfach noch nicht. Guckt euch... Guckt euch allein diesen Teppich an! Ich kann die Fasern von dem Ding sehen! Ne, 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 ne. Das ist, äh, Claude und, ähm... Bausazubi W wannaano dos? Wieص... Warum mal das gegen-triffer, Junge?! Ich hab ja schon viel erlebt, aber DAS! Nein! Das kann nicht... Zeit-Lupe Aber ich schwöre, beim Nintendo-Gott, das, das, das kann kein legitimer Gegentreffer gewesen sein. Betrug, das zeig ich an. Drunter schwammt. Ich hab's noch gesehen. Oh fuck, bitte rette mich, Digga. Ja, 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 ja. Ehre. Oh nein, eh. Loi. Was zur Hölle. Das waren gerade mehrere epische Zufälle in einem. Der Maya-Kalender. Er hatte doch recht. Nur im Datum, so leicht verschoben, das Ganze. Ah ja, okay. Alles da, Konz. Wat? Wie genial sieht das denn aus? Wow. Das ist jetzt schon wieder so eine Idee, die könnte halt wirklich auch von Nintendo stammen. Ist aber von einem Fan. Und diese Totems sehen vor allem auch so aus. Als hätten sie dieses, dieses typische Nintendo-Design, ja. Dieses, dieses Gesicht da drauf, wie man's kennt. Bei den verschiedensten Objekten. Selbst Berge in Super Mario World zum Beispiel haben die. Das ist, das ist richtig organisch hier. Oder hat Nintendo sowas mal gebracht? Ich, ich kann mich nicht dran erinnern, aber wenn, dann berichte ich mich gerne. Das ist kein Mario-Hack. Das ist ein göttliches Geschenk. Bambus. Wird eine spannende Angelegenheit. Erst recht, wenn ich so schlecht spiele wie jetzt. Was war das denn? Das ist original, das ist ja ein Ge- Hello darkness, my old friend. Oh nein. Ein Gameboy-Spiel und kommt aus meiner Zeit. Ich hab ja erst gesehen, dass da eine Starcoin ist. Die braucht man nicht. Ach komm schon, das ist dein Ernst. Einmal zu weit, einmal zu kurz, Junge. Ja. Wenn wir es jetzt schaffen, habe ich noch eine Minimal-Chance. Hier irgendwie. Ohne. Danke. Ohne große Schrammen durchzukommen. Aber jetzt muss der Turbo gezündet werden. Let's go. Dafür haben wir jetzt wenigstens unsere Spannung. Oh, der sieht so gut aus. Was geht? Alter. Wie geil. Das ist doch richtig schön ausgebleicht. Als wenn das schon eine halbe Ewigkeit hier in der Wüste steht. Oh, episch. Ist auch super, Mario Galaxy Mucke jetzt, oder? Ja, ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Ich kann gleich aufgeben, eigentlich. Es ist nicht möglich. Abgewesen. 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 Oh, no. So, das passt so nice zusammen. Was tue ich denn? Alter. Ja, ich bin so lost heute. Das war klar. Das war klar. Und ich glaube, ich habe diesen Angriff mit dem Arm noch nie gesehen. Leute, abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen da. Vielen Dank euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.